Mein Name ist Carina Metzdorf, ich bin seit zehn Jahren bei Bosch, bin jetzt Abteilungsleiterin für die Abteilung Engineering Testing for Reliability. Ich bin in Dresden aufgewachsen und in Dresden habe ich auch Elektrotechnik studiert. Ich wollte unbedingt immer wissen, wie Handys funktionieren. Gerade in meiner jetzigen Position schätze ich sehr, was für eine große Chance mir die Firma gerade gegeben hat. Ich bin 34, ich habe eine 80-Mann-Abteilung, also ich freue mich sehr darüber, dass ich die Energie, die ich jeden Morgen habe, wenn ich aufstehe, hier abbauen kann und für einen sehr sinnvollen Zweck verwenden kann. Ich glaube, meine Erfolgsfaktoren sind tatsächlich diese Authentizität. Ich bin so, wie ich bin, ich bin gern lustig, ich mag es, wie gesagt, mit Mitarbeitern zu arbeiten und liebe es geradezu, Probleme zu zerlegen in, was ist Problem, was ist Ursache, wie muss ich jetzt entscheiden. Ich glaube, dass die Vorbilder fehlen. Bosch braucht mehr Frauen in Führungspositionen. Ich zum Beispiel selber habe noch nie eine Frau als Chefin gehabt, hätte das aber total gerne, einfach auch, um davon zu lernen. Wie würde die sich verhalten, wie würde die bestimmte Situationen meistern. Und es geht ja immer so, die Kunden, Ingenieurwissenschaften sind schwer. Ja, aber schwer ist jedes Studium. Also Mädels, traut euch, ihr könnt auch Ingenieurwissenschaften studieren. Ich hatte selber eine 3 in Mathe, ne und? Wir stehen nicht den ganzen Tag im Blaumann an der ölverschmierten Maschine. Das ist der Job nicht. Ich glaube, man muss viel mehr zeigen, was man alles machen kann mit dieser Ausbildung. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwelche Vorbehalte gegen mich als Frau gespürt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, diese Andersartigkeit brauche ich auch. Und ich lebe das gerne. Und ich lebe das Ganze sehr gut-teut. Und wir haben heute noch alle meine Apple-oland- Cisco. Und ich lebe das Ganze bei uns. Ich lebe das Ganze bei uns. Vielen Dank.